Hallo liebe Neuköllnerinnen, liebe Neuköllner, da sind wir wieder aus deinem Gesundheitsamt Neukölln mit dem Feierabendfunk. Hallo Serkan, wie ist die Stimmung heute in der Corona-Hotline gewesen? Die war super, ein Mitarbeiter in der Hotline hatte Geburtstag und da haben wir kurz gefeiert, kurz angestoßen. Also ich möchte mich hiermit entschuldigen, also falls wir für fünf Minuten nicht erreichbar sein sollten, ich bitte das zu entschuldigen, wir mussten natürlich den Geburtstag erstmal entsprechend feiern, aber die Zeit haben wir hinterher wieder natürlich aufgeholt, ja. Ja, aber wir wollen uns auch bedanken, nicht nur entschuldigen, denn wir haben inzwischen über tausend Abonnenten, also herzlichen Dank, wir freuen uns sehr über euer Interesse. Super! Heute ist auch ein besonderer Tag, wir haben heute einen Gast, aber ich möchte doch nochmal erst fragen, gibt es eigentlich auch so allgemeine Fragen über die Pandemie in der Corona-Hotline oder sind die dann doch alle sehr speziell hinsichtlich Meldewegen und so weiter? Also zum Beispiel, warum ist Neukölln so stark betroffen? Ja, diese Frage gibt es, warum ist denn Neukölln so ein Hotspot? Auch warum ist Neukölln überhaupt so ein Hotspot geworden? Das ist so eine Frage. Gut, das trifft sich gut, denn wie angekündigt, wir haben unseren Gast heute, Herrn Falco Lieke, der Gesundheitsstadtrat aus Neukölln. Herzlich willkommen, Herr Lieke! Ja, hallo, ich grüße euch, schön, dass ich dabei sein kann. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir haben auch eine Reihe an Fragen vorbereitet. Oh je, habe ich befürchtet. Oh je, ja, genau. Jetzt kommen erstmal die Seriösen, das Unseriöse kommt dann später. Bitte. So zum Warmwerden. Die erste Frage wäre, wie ist das eigentlich, eine solche Position zu bekleiden in so einer Situation mit der Pandemie? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe seit 2009 das Amt des Gesundheitsstaatsrates inne, mache diese Aufgabe unheimlich gerne. Und sowas, was jetzt läuft, hatte ich in meinem ganzen politischen Leben überhaupt noch nie. Ich war vorher zehn Jahre ehrenamtlich, also bin jetzt seit über 20 Jahren dabei in Neukölln. Und das ist wirklich die allergrößte Herausforderung, die ich jemals hatte. Sowas gab es ja auch überhaupt noch nie. Also von daher ist das kein Wunder und keine Kunst, aber echt herausfordernd. Was dachten Sie, als Sie von den ersten Infektionsfällen in Süddeutschland gehört haben? Ja, na, erstmal kam es ja so ein bisschen aus China, da hat man ja nicht so richtig hingehört, dachte, ach naja, China ist weit weg. Dann kam das alles viel dichter und auch nach Süddeutschland und auch die ersten Fälle in Berlin. Und dann dachte ich, oha, was erwartet uns da jetzt? Und ich war eigentlich guter Dinge, das lässt sich alles schon wieder in den Griff bekommen. Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt in Neukölln und es kam aber anders. Inwiefern? Es kam so, dass wir deutlich mehr Fälle hatten im März, startete es im April, ging es richtig weit hoch. Und wir haben alles daran gesetzt, Personal heranzuschaffen, uns erstmal auch mit den anderen Behörden, mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, mit vielen anderen abzustimmen. Was ist jetzt eigentlich zu tun? Was sind die richtigen Strategien und Maßnahmen? Wir haben viele, viele Tage und Abende damit verbracht, zu überlegen, was ist jetzt das Richtige? Wie können wir gut darauf reagieren? Und vor allen Dingen unsere Hauptaufgabe, wie können wir die Menschen schützen? Das ist ja der Kern unserer Arbeit. Wir machen das ja nicht aus Selbstzweck, sondern wir haben einen Schutzauftrag für die Bevölkerung. Wie können wir den am besten gewährleisten? Und da gab es unheimlich viel in der Vorbereitung auch zu tun. Und mit Blick auf den April und den Mai ist das alles Kindergeburtstag gewesen. Das, was wir jetzt haben, ist nochmal gigantisch größer, viel, viel intensiver, heftiger. Die Fallzahlen explodieren. Neukölln war sogar bundesweit an erster Stelle für eine Weile. Und das ist natürlich für uns besonders anstrengend und auch für die Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag hart daran arbeiten. Wie kommt es, dass ausgerechnet Neukölln zum Hotspot wird? Was hat Neukölln für Pitfalls oder auch für besondere Ressourcen? Also die Frage habe ich mir natürlich auch immer wieder gestellt. Ich werde auch ständig gefragt, woran das liegen kann. Dann in der Anfangsphase, so im September, Ende September, Anfang Oktober, konnte man sehen, der Ostteil der Stadt war nicht so stark betroffen. Der Westteil ein bisschen mehr, aber auch noch nicht so. Und in der Mitte Berlins ist es explodiert. Friesheim-Kreuzberg, Mitte, Neukölln, Tempel auf Schöneberg, Charlottemburg-Wilmersdorf. Alles Bezirke, wo auch viel los ist, wo die Menschen gerne unterwegs sind, Party machen, feiern, sich treffen, Kneipen, Restaurantszene und so. Und ich denke, dass das auch mit ein Beitrag war, warum sich das Virus so schnell ausbreiten konnte. Und wir haben auch gerade in der Innenstadt, im nördlichen Teil von Neukölln, eine besondere Bevölkerungsstruktur. Wir haben viele Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben auch viel Armut, muss man auch sagen. Wir haben viele Menschen, die sind in beengten Wohnverhältnissen. Die können einfach nicht in den Garten gehen und raus, so wie andere in den Außenstadtbezirken. Und das sind, denke ich mal, alles Faktoren, die dazu beigetragen haben könnten. Wir können es nicht genau sagen, wir wissen es nicht. Es gibt keine Empirie darüber, wie das Infektionsgeschehen, wie der Wissenschaftler sagt, zustande gekommen ist. Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch die Sommerphase. So Ende August, Anfang September, das Wetter war schön, die Leute waren unterwegs, haben geheiratet, haben sich getroffen mit Freunden, Familie. Und ich glaube, in dieser Zeit ist das Virus in der Bevölkerung durchgesickert. Viele waren asymptomatisch, also hatten keine Erkennungszeichen von Krankheit. Und so konnte sich das Virus ausbreiten. Und irgendwann ist es wie ein Vulkan explodiert. Und zwar Anfang Oktober, Mitte Oktober. Und seitdem haben wir jetzt eine krass steigende Anzahl. Also im Grunde ist es das bewegte und das beengte Leben in Neukölln, kann man sagen. Ich glaube ja, dass es was mit Soziologie zu tun hat. Also mit Bevölkerungsstruktur auf der einen Seite. Aber auch, wir haben internationales Publikum aus der ganzen Welt. Wir haben viele junge Leute, die sagen, Mensch, alles gar nicht so schlimm. Corona ist vorbei. Wir sind jetzt wieder unterwegs. Wir haben Spaß. Wir genießen das Leben. Und ich denke, das sind alles Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass sich das Virus so ausbreiten konnte. Und jetzt versuchen wir ja alles dagegen zu tun. Kontakte reduzieren. Jeder soll zu Hause bleiben möglichst, um das einzudämmen, damit wir wieder ins Normalleben zurückkommen. Und das ist ja auch, was wir alle wollen. Ganz andere Frage. Welche Visionen haben Sie für Neukölln als Gesundheitsstandort nach der Pandemie? Also wenn die Pandemie was Positives hat, ist, dass jetzt jeder weiß, welche wichtige Funktion das Gesundheitsamt hat. Das war nämlich ein langer Kampf, immer wieder deutlich zu machen, liebe Politik, auch auf Landes- und auf Bundesebene. Wenn mal was passiert, und da dachte ich nie an Pandemie, Großschadenereignis, Flugzeugabsturz, keine Ahnung, Gasexplosion mit mehreren Hunderten Verletzten, dann sind wir nicht darauf vorbereitet, dann brauchen wir das Personal und das ist nicht da. Deshalb habe ich immer versucht, das Gesundheitsamt auch halbwegs gut auszustatten. Und das kam uns jetzt in der Anfangsphase auch zugute. Am Ende denke ich, dass wir nach der Pandemie sehr gut ausgestattet werden, was Personal angeht, was IT-Technik angeht. Wir werden vernünftige Möglichkeiten haben, zu kommunizieren, auch über Homeoffice, über mobile Arbeit, dass unsere Systeme und Prozesse nicht gebastelt sind, sondern dass die abgestimmt sind, dass wir mit anderen Bezirken, mit Bundesebene, mit der Landesebene gut kommunizieren können. Das sind alles Dinge, die werden kommen, viel ist jetzt schon im Prozess, aber dauert auch gigantisch lange und das ärgert mich auch. Aber es sind ja trotzdem schon mal ganz gute Visionen. Es gibt ja auch Erkrankungen, die bleiben, auch wenn Corona vorbeizieht vielleicht. Die Masern zum Beispiel werden uns sich ja noch mal beschäftigen mit der Impfpflicht. Wir haben ja gerade genauso. Sie haben es gesagt, die Impfpflicht. Kurz vor Corona wollte uns der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn besuchen und sich erkundigen, wie gehen wir eigentlich mit der Impfpflicht um? Was machen wir? Wie können wir die Bevölkerung mitnehmen, was Masern angeht? Nicht nur aufklären, auch impfen. Und dann kam Corona und dann waren alle voll beschäftigt und das ging dann nicht mehr. Aber ich bin mir sicher, dass er einen Fokus auch auf Neukölln hat. Ich stehe auch öfter mal mit ihm in Kontakt, um auch so zu zeigen, wie geht es in Neukölln. Er fragt auch manchmal, was braucht ihr, was können wir noch tun? Und das sind gute Signale. Die Zukunft ist gebahnt. Auf jeden Fall. Ja, dann bin ich durch mit meinen Fragen, Herr Lieke. Vielen, vielen Dank. Ich übergebe an Zerkan. Jetzt kommt der kuriosere Teil der Unterhaltung. Na, ich bitte doch. Also bei mir ist es ja so, ich muss da wirklich eine Lanze aufbrechen. Also das Gesundheitsamt kannte man doch früher nicht. Vielleicht, wenn du irgendwie so einen Nebenjob hattest und du brauchst irgendwie so eine Gesundheit, dann musstest du so eine Stuhlprobe abholen. Das war der einzige Kontakt, wenn überhaupt. Aber jetzt hattest du in meinem Freundeskreis in die Hand, wo arbeitest du? Und ich sage, ich bin mein Gesundheitsamt Neukölln. Und dann ist es so wie so, hey, ich bin da bei dem FBI, CIA, WKA. Das ist so eine, die Behörde überhaupt, ne? So krass im Fokus. Herr Lieke, ja, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Schön, dass Sie da sind. Und ja, ich würde gerne ein bisschen die Personen hinter dem Gesundheitsamt Stadtrat ein bisschen hervorlocken wollen mit ein paar Fragen. Sind natürlich alle mit dem Augenzwinklern gemeint, ja. Also ich fange einfach mal an. Herr Lieke, sind Sie schon einmal einen Lamborghini gefahren? Nein, ich habe mal einen gesehen vor kurzem. Berlin liebe ich, weil? Eine super spannende Metropole, die sich international nicht verstecken muss und die ganz viel liebenswerte Menschen hat. Sind Sie Berliner? Jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Ich bin absoluter Ur-Berliner, komme ursprünglich aus Steglitz. Nein, ich auch. Ich bin in Steglitz geboren, in Kenneko Steglitz, 1974. Da bin ich zwar nicht geboren, aber ich bin in Steglitz aufgewachsen. Nein. Allerdings 1973. Das muss man ja sehen. Was man ja sieht. Nein, das sieht man nicht so. Das müssen wir später mal vertiefen. An Neukölln ist unverwechselbar. Die Urbanität auf der einen Seite, also hochverdichtet, international spannende Leute und auf der anderen Seite zwei Bauern, die wir haben, ländliche Strukturfelder, Mittelstand, aber auch krasse Probleme. Und das alles zusammengenommen macht Neukölln aus. Ich finde das auch nicht schlimm, aber wir haben viele Baustellen, die wir auch in dem Zusammenhang bearbeiten. Ja, stimmt. Ich stehe morgens auf um? Sechs Uhr dreißig, mache mir einen Kaffee und einen Marmeladentost. Wie viele Bäume gibt es in Neukölln? Was glauben Sie? Da müsste ich ins Baumkataster schauen, bestimmt. Ich gebe dir einen Tipp. In ganz Berlin gibt es circa 433.000 Bäume und das ist laut einer Statistik des Landesamtes für Umweltschutz im Jahre 2017. Also Neukölln ist eigentlich immer 10% von Berlin und diese Regel könnte wahrscheinlich auch zutreffen. Wie viel haben wir? 433 für Gesamtberlin. Ja, dann haben wir 50.000. Ja, nicht schlecht, 20.000, aber schon mal sehr gut geschätzt. Okay. Könnten auch ein paar Pflanzen, ne? Ja. Ja. Und damit, er hat jetzt nochmal ergänzend dazu erzählt, ist Neukölln leider hat den vorletzten Platz. Den letzten Platz, noch weniger begrünt ist Friedrichshain-Kreuzberg. Die haben noch weniger. Trotz der Grünen, die da regieren. Okay, kann man mein Lachen nachher rausschneiden? Meine zwei Lieblings-Eissorten sind? Stracertella und Stracertella. Okay. Herr Lieke, wir sind gleich durch. Jetzt nochmal eine Schätzfrage. Und ich würde sagen, Christine, wir holen dich mit rein. Wir machen uns ein bisschen spannend. Du trittst an gegen Herrn Lieke. Ja. Es geht um Schätzfragen hinsichtlich... Autos sind mein Spezialthema. Lamborghinis Aventador. Wir fangen an mit der ersten Frage. Wie viel PS hat so ein Lamborghini Aventador geschätzt? Wahrscheinlich über 500. Oh, nicht schlecht. Liebe Christine? Ja, ich würde schätzen so zwischen 740 und 770. Wow. Sehr gut. Genau 740 bis 770 PS. Herr Lieke, ein Lamborghini Aventador von 0 auf 100. Was schätzen Sie? In wie viel Sekunden? 4,3. Ich weiß es. 2,9. Nein. Nicht schlecht. Herr Lieke, was ist hier los? Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei einem Lamborghini Aventador circa? Auf der Avus 100. Sehr gute Frage. Das gibt einen extra Punkt. Okay. Und jetzt mal so geschätzt ungefähr, roundabout? 375 Stundenkilometer. Wow. Das ist sehr gut. Ich darf korrigieren, 315. Ja, aber Sie waren schon sehr gut. Herr Lieke, vielen Dank. Sie sind für mich wirklich ein Lamborghini-Experte, das kann man schon sagen. Aber das habe ich schon ein bisschen vorher geahnt. Die letzte Frage ist, wenn ich Bürgermeister von Berlin wäre, dann wäre meine erste Amtshandlung die Verwaltung so auf Trab bekommen und so ausstatten, dass wir eine vernünfte Dienstleistung auf den Weg bringen. Das ist aber ein langer, steiniger Weg, leider Gottes. Aber da gibt es unheimlich viel zu tun und das würde ich tun. Schöne Antwort. Schöne Message. Danke, Herr Lieke, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke für die herzliche Einladung, hat mir Spaß gemacht. Gerne. Sarkan, hast du noch ein Highlight aus der Hotline für uns heute? Ja, und zwar, es war ein frisch verliebtes Paar, die kamen gerade aus den Flitterwochen zurück. Die waren in Madagaskar für zwei Wochen. Und als sie wieder zurückgekommen sind, kamen ja die elfte Änderungen der Infektionsschutzverordnung und trat in Kraft. Damit kamen sie zurück und sie haben sich schon gefreut, ja, wir haben einen negativen Testbescheid, wir haben uns testen lassen. Da habe ich gesagt, tut mir leid, leider nicht mehr gültig. Fünf Tage erst mal Quarantäne. Dann hat sie aufgelegt, war ein bisschen traurig, wollte natürlich gleich ihre Liebsten besuchen und von der treuen Reise erzählen. Und rief mich dann am zweiten Tag wieder an und erzählte, ist etwas passiert? Dann meinte ich, was ist denn passiert? Sie meinte, bin ich denn schon aus der Quarantäne raus? Sie hat ein bisschen Zeitgüpfe verloren. Dann meinte ich, nee, Sie müssen leider noch mal warten. Und dann meinte ich, warum wollen Sie denn jetzt unbedingt aus der Quarantäne raus? Was ist denn passiert? Vielleicht gibt es ja irgendwie einen nicht aufschiebbaren Arztbesuch. Nein, und sie hat sich testen lassen, sie war schwanger und sie wollte unbedingt schnell zum Frauenarzt. Und dann musste ich sie noch mal zwei Tage vertrösten. Aber am dritten Tag, nach dem fünften Tag konnte ich sie anrufen und sagen, habe ich sie dann wirklich auch angerufen und habe ihre Nummer notiert. Und meinte, Sie dürfen jetzt raus zum Frauenarzt. Da war sie sehr glücklich. Eine bewegte Geschichte zum bewegten Neuköllner Leben. Liebe Neuköllnerinnen, liebe Neuköllner, das war es für heute mit dem Feierabendfunk. Wir wünschen euch einen schönen Abend.